Ach, kann man nicht einfach sowieso aufnehmen und das andere löschen, was man sowieso nicht hochladen will? Äh, muss man schneiden dann wahrscheinlich. Achso, was stimmt, aber ja, warte. Oder das denkst du, was wir gerade machen? Oder? Eine Zeit lang habe ich auch nur Runden aufgenommen. Achso, ich nehme einfach eigentlich immer auf. Ja, aber das habe ich mir inzwischen auch aufgenommen. Aber das Gutes ist, höre ich auf die Aufnahmen, dann weiß ich, das ist am Ende davon. Ja. Brauch bloß das Ende quasi rausschneiden und das dann wörfeln. Wollte eigentlich gerne asch, aber okay. Ja, ich habe eben gefragt gerade, ob jemand asch möchte. Ja, Google war halt gerade im Gespräch, dass ich nichts weiter sage. Ist doch gut. Musst du noch beenden, ja? Ja, ich muss es noch machen. War close. Ich muss noch fünfmal. Ja, gut, dann muss ich es noch machen. Ich müsste es jetzt eigentlich haben. Eigentlich. Was denn? Ich bin nicht so auf die Herausforderung. Ich habe darüber lacht, auch war nicht. Ja, doch schön ein bisschen. Ich muss noch zwei mal, ne? Ich muss noch fünfmal, ne? Dann mach du erst mal. Ich will das mal. Äh. Make sense. Ich diskutiere da nicht mit André. Wenn der will, dann soll er machen. Was? Alles gut. Nicht dich, ja auf jeden Fall. Plus, Mafia hat gefragt, ob sie jemand will. Und deswegen hatte ich gesagt, ja. Weil ich habe es halt schon deswegen. André hält immer noch hinterher. Womit? Also nicht, ähm, Train-Museum. Was war das denn im Fall? Ganz oben. Okay. Oh, ja. Haben Echo, yay. Joder, wartet. Ich habe die Kamera weggemacht. Cool. Nice. Da ist das Fenster offen. Yo. Achso, da. Ah, da. Nein, meine Drohne. Das meine Drohne in Ruhe. Nee, das bringt nichts, oder? Nee, das ist das Quatsch. Das ist doch Quatsch, Mensch. Da. Die haben die Flanze aufgeschossen. Die haben die Flanze aufgemacht, Anteil, Vorsicht. Da war auch einer. Ich habe mir aufzugekästet. Aber da könnte ich doch dann aufmachen, oder? Da könntest du dann aufmachen, oder? Wo genau überhaupt? Ach, ja, das Treppenhaus, ne? Da ist das, okay. Dann ist, glaube ich, direkt nur noch ein Skylight. Ah, ich habe ihn gerade gesehen. Und da hat er mich gesehen. So. Also, hier Treppenhaus ist einmal auf. Wo war noch eine Crash? Keine Ahnung. Noch irgendwo, wo wir nicht mehr? Da war einer in der Bauübung. Okay. Wow. Wo? Ah, hier wechselte die Erde. Wow. Ella. Ella. Eh, eh, eh. Ah, aber nicht nur eine Ella, auch noch Drohne von, oder war das nur die Drohne von links? Kann auch sein. Ach, das wollte ich dir an der Karage rum. Ne, das sollte ich lieber nicht machen. Eine Claim auf den Eingang stellen. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe nur noch eine Kontaktgranate. Links von der Tür. Ist der Kessel. Ist der Kessel. Das ist mein Mann. Ich lobe Ronelec. Nice one. Ja, Echo ist hier bei mir. Ah, fuck. Oh, man. Ah, wie kann ich den denn nicht getötet haben? Ich habe das so oft auf den Geschossen, Alter. Habe ich dir den Kiel geklaut, oder so? Ich war halt nicht aufgepasst. Hallo, jetzt lang gedauert bei mir. Dax natürlich. Ja, er hat den Kiel jetzt. Ja, ich weiß, aber ich meinte... Ich habe irgendwen, glaube ich, der Kiel. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht drauf geachtet, wie viele Punkte ich bekommen habe. Oder was da stand. Ah, fuck. Brauchst du Spatz noch so? Ja. Dann nimm. Dann nimm. Nimm, 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 nimm. Wenn er braucht, dann nimmt er. Ja, ich brauche noch vier. Ich brauche es ja nur für die tägliche und die tägliche muss ich nicht unbedingt machen erst mal. Hm, okay. Ja, gut. Wie gesagt, Tachanka nehme ich halt ein. Äh, ich habe sooo verfickt viel, dass nur weil ich den Headshot haben wollte und gezögert habe. Ich hätte ihn also nicht killen. Wir müssen schützen. Wo brauchen wir überall Wände? Wenn ich hier nicht will, dann nein. Wenn du weißt, musst du nicht zu tun, erneut. Wir müssen bitte er raushalten. Und dann werden wir bereitstellen. Wir müssen zumindest, was! Da sind wir noch nichts im Stress! Was ist jetzt? Aber ich könnte oben auf jeden Fall Hilfe gebrauchen, alleine ist das nicht gut oben alleine. Kein Problem. Rund vor dem Fall. Rund vor dem Fluss. Rund vor dem Fluss. Rund vor dem Fluss. Oh, das war zu lange. Rund vor dem Fluss. 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 Ich glaube, er wäre daunt und tot. Okay. Oh, ich habe eine Schockdrohne. Nice. Wo war das? Unten. Rund vor dem Fluss. Ich meine, wo der gekillt wurde. Unten, glaube ich, weiß ich nicht. Unten kommt ein Blitz. Warte, was war andersrum? Welche Tretter? White Stairs. Nicht Red Stairs. Wow, Fenster. Motorraum wurde aufgenommen. Die Twitch ist davor. Die Twitch ist davor. Und vor dem Motorraum schütt fahren Ash und Blitz gerade. Was ist das? Ash ist rechts. Ganz gut. Krudel, ich gehe runter, ne? Ash ist da. Ja. So. Nice. Kommt durch Termin und durch Norden Gang. Jetzt ist drin und... Fiat. Ja, ich bin durch... durchgelaufen und sie haben auch... keine Chance gehabt. Wir sind überrannt von mir. Ja, das war doof. Ja, das Problem war, dass wir zu zweit nach oben waren. Als schon zwei unten nur noch einer da war. Wir haben nicht aufgepasst. Wo das mit dem Fenster war... Auch blöd. Das ging mir so schnell ein bisschen. So. Wie gesagt, ich brauche Ash nicht mehr. Kannst du gerne. Darfst du? So habe ich dir. So. Dogi! Äh, Dokabi! Willst du gleich über Spad Snubs nehmen? Okay, wie? Nee, auf Angreifer lieber nicht so. Ach, du bist ja nicht so... Nee, der den Fuse, Fuse. Was? Nee, auch nicht. Könntest du aber lassen. Könntest du aber lassen. Könnt' ich aber. Locate the minor hazard container. Küche. Also theoretisch könntet ihr halt irgendeine Angreiferrunden Spätznazt picken, wenn ihr wollt, so. Das war ein bisschen blöd für mich. Das dauert dann halt immer, aber... Der letzte ist Echo. Haupteingang wird zugekästert. Ah, das sind alle so ok. Ah, schade. Ah, wir haben einen falschen Terminal eingefahren. 5 seconds. Faktif. Auf der anderen Seite. Das ist auch zu, auf der anderen Seite? Nein, sch***. Das ist auch zu, auf der anderen Seite. Nein, sch***. Okay. Wo kam die denn jetzt her? Verdammte Scheiße. Ella ist fast down. Ich wollt grad fragen, wo war sie? Ist sie drin oder? Bei der Lobby. Lesen sie wieder. Hier ist Ella. Ich bin hinter dir. Die ist immer noch an der Treppe vom... Kann ich nicht. Hat die Drohne? Na ja. Da hast du ja eh, der könnte von hinten kommen. Ich hack meine Camps gerade. So. Die Camps schon gehackt. Oh. Rudel kannst du irgendwas in den Camps von denen sehen? Nee. Ich kann sogar Toil da drauf zugrallen. Ja klar. Nice. Oh. Das war natürlich Headshot. Ja. Bis dem Raum. Weißt du wo? Ja. Ich markier grad. Da hinten. Zwischen dem Raum. Hat mich. Ab ihn. Ab ihn. Nice. Mission successful. Ab einfach mal ein bisschen. Ich wollt grad stürmen. Da hat er sich weggeschossen, Maffi. Ja. Alles gut. Ich hab da einfach die Batterien weggeschossen. Und er hatte mich schon vorher mit seiner Drohne im Visier. Also wusste wo ich war. Das sollte reichen. Dachte ich mir. Hat ja auch funktioniert. Ich hätte mich vielleicht vergewissern sollen, dass ihr auch in der Nähe seid. Weil darauf hab ich irgendwie nicht geachtet. Davon ging ich geradeaus. Das war nicht so clever. Hätte auch einfach ein sinnloser Tod sein können gerade. Das war richtig gut. Aber hey. Hat geklappt. Nee. Alter will der jetzt echt. Küche mach ich. Das wies. Oder neben. Keine Ahnung. Was auch immer das hier ist. Hey. Lust. Oh. Äh. Drohne? Hab ich. Schön. Wie lange ich brauche um. Oh ich sollte halt Skylight vielleicht nicht. Hey. Ciao. Eine Ella ist beim Doppelfenster. Eine Ella ist unterm Skylight. Und eine Ella ist vor der Tür wenn man reinkommt in die Bar. Okay. Okay. Ich glaub jemand ist auf jeden Fall beim Skylight. Aber. Schön stark. Nice. Abwinken. Wurde bedrohend auf jeden Fall. Hier oben. Wird der mich verarschen? Ja. Wo ist der? Der ist unten in der Lobby. Lucky. Entschuldige. Du bist Toto. Hier seilt sich einer ab. Wachst du kommt dann bei dir wahrscheinlich am Fenster? Hier? Ich weiß nicht wo. Skylight ist einer gerade getroppt? Ja hab ich hab ich hab ich hab ich. Okay. One on four remaining. They're not red stairs. Hm. Die hatte mich die ganze Zeit im Blick hier. Ich bin voll auf mich konzentriert die Sophia. Bedrohend und so. Weiß jemand wo der letzte ist? Red stairs. Außen. Okay. Oder außen dort. Wo hat der Bereich? Was? Ich krieg's nicht kaputt wachsen. Gut zu wissen. Ist drinne? Nein ist doch nicht. Okay. Ist doch nicht so schlecht. Denn ist der Drop offen und ich höre ihn auf dem Dach oder so. Ich bin Ahnung. Nicht aber unten. Wohre nicht auf dem Dach. Unten vor der Haupttür. Ich höre ihn sich auf. Ich weiß aber nicht. Türchenlobby. Ist hier unten. Markier kurz. Bei Mafi ist sie. André. Okay. Ins 15. Ist hier an der Treppe. Tschüss. Mit den Stacheldrag gehört worden. Beschlagen. Ja. Ich hab dich voll noch erwischt. Ja. Solche Wallhacks. Wow. Ich bin nicht in der Leitkirche geworden. Wow. Nein. Vor allem die unteren drei. Ihr habt alle vier Kids. Ja. Und der 3er und 2er Killer Team sind über euch. Habt irgendwas richtig gemacht. Ne. Wir haben irgendwas ganz groß falsch gemacht. Ja. Ich hab so viel gescannt. Ich hab so viel gescannt. Ich hab so viel gescannt. Keine 200 Punkte.